Mit den Schnürchenfüssen Nummer 22 und Nummer 25 können nebeneinander liegende Garne aufgenäht werden. Die Garne wirken nach dem Übernähen wie ein aufgenähtes Zierbändchen. Beide Nähfüsse verfügen über ein 5,5 mm breites Stichloch. Sie können also mit den Dekorstichen auf den Modellen mit 5,5 mm breiten Stichlöchern verwendet werden. Nähfuss Nummer 22 verfügt über 3 und Nähfuß Nummer 25 über 5 Rillen. Die Garne können vor dem Einsetzen des Nähfußes in die Rillen geführt werden oder auch danach. Sie werden seitlich durch den vorderen Schlitz zu den Rillen geführt. Hier haben wir Nähfuß Nummer 22, also 3 Rillen. Sie können auch mehr als ein Garn in eine Rille einlegen, wenn dazu Platz ist. Sind alle Garne eingelegt, schliessen Sie den schwarzen Arm vorne am Fuss. Für diese Anwendung nehmen wir einen Monofilamentfaden über drei Metallfäden. Jeder der Dekorstiche kann mit Stickfaden verwendet werden. So verheddern sich die Garne vor dem Fuss nicht und sie bleiben flach, was einen Bändchen-Effekt ergibt. Das ist ein Bändchen-Effekt. Das ist ein Bändchen. Das ist ein Bändchen-Embchen. The balance der Marne schlaue. Der dritte der hier vor dem Fuss nicht auf Vuss nicht. Das ist ein Bändchen. Das ist ein Bändchen-Effekt.